An einem schönen Sommertag zog Martin Frischkisse nach Jessen. Dankeschön für Ihre Hilfe. Er hatte sich schon einige Wochen zuvor nach einem Job erkundigt und heute endlich ein Bewerbungsgespräch. Ein paar Tage nach dem Gespräch wurde er noch einmal ins Restaurant bestellt. Ich darf Ihnen gratulieren. Ihre Bewerbung war erfolgreich. Es wäre schön, wenn Sie bald anfangen könnten. An seinem dritten Arbeitstag lernte er seinen Kollegen Hannes kennen. Hey, ich bin's Martin. Schön, dich kennenzulernen. Uh, das freut mich sehr. Ich heiße Hannes. Wir können ja heute Abend was machen. Wir können ja ins Kino gehen. Hey, Hannes. Schön, dass du gekommen bist. So langsam entwickelte Martin Gefühle für Hannes. Hey, Hannes. Hättest du heute Lust, mit mir zum Eiskaffee zu gehen? Ja, klar. Ich würde mich freuen. Cool. Dann bis später. Als der Taggang gekommen war, musste Martin endlich mit Hannes über alles reden. Hey, Martin. Du bist ja schon da. Ich habe uns schon was bestellt. Na ja, wir kennen uns jetzt schon länger und irgendwie habe ich für dich Gefühle entwickelt. Also heißt es, du bist schwul? Ja, da hast du recht. Ja, und obwohl ich es mir schon ahnen konnte, bin ich sehr überrascht. Ich kann aber deine Gefühle nicht erwidern. Ja, das wusste ich. Aber das macht doch nichts. Wir können doch trotzdem Freunde bleiben. Ja, das macht doch nichts. 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 Vielen Dank.